Warum? Ja ok, dann spiel aber auch mich damit FUCK! Willst du mich verarschen? Ich hab im großen Kreis gezogen Irgendwie hab ich jetzt voll Bock dich zu Trinity Oh shit! Scheiße, ne? Iiiiih Scheiße! Iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ich bin auch ein berühmter YouTuber. Du bist kein YouTuber. Ey, lass mal eine Folge für YouTube aufnehmen. Was mache ich mir gerade schon? Stimmt gar nicht. Ja, doch. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja, ja. Flo, ich möchte, dass du jetzt ernsthaft zu mir bist. Mensch ohne Nivea. Mensch ohne Nivea. 5, 4, 3, 2, 1, via. 8 Tage die Woche. Ja, und jetzt kommt hier mein Pro Gaming. Das Beste ist eigentlich, wenn du so verkackst, dass du schon. Ich darf hier eigentlich meinen Tipp nicht unterraten. Aber ich fick ihn jetzt richtig hart. Alter, wollen wir jetzt hier rumknutschen oder was? Ja, jetzt kommt hier der ganze Staff und man muss hoffen, ja, jetzt hat er verkackt. Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh, ja. Fällt dir aber früher auf, dass du schon gewonnen hast. Ja. Ja, ich fuhre jetzt gerade 2-0. Ich weiß, dass er zwar nicht recordet, aber egal. Sag ich, da rauskommt. Du ein Bastard. Du ein hässlicher Bastard. Sprich schon wieder über dich? Okay, wir machen jetzt hier rum noch zu Ende und dann möchte ich bitte, dass du ein, zwei Folgen für YouTube aufnimmst. Ich nehm schon auf, du Lappen. Tust du nicht! Doch! Okay. Dann sag, ähm... Dann sag, wo du wohnst. Nein! Ich find ja nicht dumm. Dann sag, wo Erik wohnt. Nein! Das hast du schon mal gesagt. Was? Ach ja, stimmt. Ich hab im Stream gesagt, dass du und Erik in dem selben Café wohnt. Nein! Ich bin Hitler! Nein! Nein, das bist du nicht. Warte, jetzt muss ich ihn... HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Was ist das für ne Scheisse?! Oh, da war schon wieder die Lache. XD XD Ich bin echt ein Guter Okay, lieber abbremsen Oh oh, ich hab da so ein schlechtes Gefühl Oh ja, Heil Hitler Was, was? Nein Ich bin fett und dick, fett und hässlich Ich bin echt ein Lappen, weißt du das? Wie war das mit dir? Ich bin hässlich und ich bin stolz Och, das mit dem Stolz ist neu Hallo, am besten ist sowieso Hardy von Peatmeet Na ja, kennt ihn bestimmt alle nicht Ja, ich hab einen Punkt Ich hab einen Punkt Also, Hardy, ähm, ja Der hat sich bei Adventure Map, was die immer machen Das ist ein dauerhaftes Projekt bei denen Ähm, ja, der Der hat sich da mal motiviert Komm schon, Junge, du bist der Oberhomo Ja Bist du auch so ein Oberhomo? Warte Hör auf Cookie-Clicker zu spielen Nein, das ist wichtig Ich muss grad eine neue Oma kaufen So Eine neue Oma? Ach so, Cookie-Clicker So 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 Fangen wir hier nach unten aufzunehmen, also richtig Ich nehm mal richtig auf Die Folge leide ich gleich hoch Ja, dann cutte das gleich, aber nochmal kurz Nö Och, du fetter Bastard Du und hey Ich mach grad, ich bin hessig und ich bin stolz Absp... Ich bin hessig und ich bin stolz Gut und jetzt lauter So, jetzt vertreten ich sind Und ja, ging und ja Das ist jetzt nicht passiert Warum hast du keine Rennstrecke gemacht? Das mit dem Stolz ist mir neu Ich weiß was, ich fahr jetzt einfach ne große Runde Ich hab jetzt grad abgespielt, ich bin hessig und ich bin stolz Okay Ich fahr jetzt einfach ne ganz große Runde aus Langeweile Bitte lass mich mal Okay Du bist so ein Hurensohn Du bist so ein Hurensohn Oh danke Ja, jetzt kann ich gut manövrieren Kann ich echt gut manövrieren Oh fuck Du bist so ein Hurensohn Du verkackst, Alter Obwohl ich viel weniger Platz hab Noch ne Runde Ja, warte, darfst du jetzt nochmal richtig aufnehmen? Nö Ich mach jetzt noch die Runde da dranhängen und dann geht's los Haha, Hände gibt's raus Komm rein Ja, warte doch Oh mo Warte Komm, was ist das witzig, ist das hier Wow Jetzt kann ich jetzt auch mal ne Aufnahme zeigen Nio Nein, komm, jetzt Aufnahmen, los Wieso, ich ist schon da Nö 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2, 1 Darf man das überhaupt in deinen Videos sagen? Du spielst doch die ganze Zeit über dich selber, also Unfair, du hast ne andere Farbe Jawohl Das nennt man faires Gameplay Ah, ich bin schon ein geiler Motherfucker, ne Du bist lustig und du bist stolz, das bist du Was war das denn jetzt? Alter, meine Lache wird einfach mein YouTube-Status Scheiße Warte, warte, warte Warte, warte Wuuu, ich bin eine Schnee Ich bin eine Biene Ich bin eine Biene und du bist gefickt Nein Mein Typ reagiert nicht Hey, look at me Ich sehe aus wie ein Genie Ist schon klar, wenn du jetzt da durchgehst, werde ich die Hä? Kann man sein Ja, guck dich an, dann weiß ich das Ich hab's da durchgeschafft, aber nur mit nem Trick Ich hab ne Käseschuchte gesetzt Du bist ne Käseschuchte? Was? Ich verarsche And they cheated Der beste Spiel auf dem Planeten Du bist ne fette Ente, das bist du Fette aber ne Ente, nur von der Lache Ente Guck, guck dir diesen Skill an Du, du bist eine fette Ente Quack 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 Wenn das auf YouTube landet, fick ich dein Leben Quack Das ist doch unfair Das ist Gameplay Alter, weißt du, wenn Bei vielfalt ich schon längstens bei so was Trink-Controller an die Wand gepäppert Quack 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 Nein Das ist Gameplay, ich sag's dir Was ist das denn? Also ich frag mich wie viele Aufrufe das kriegt Also ich zieh ein bisschen Luft immer ein Guck Oh, Alter Das geht Man kann gar nicht Weiss du diesen Skill, du Homo Oh fuck Oh fuck Oh fuck, ich bin fett! Das wusste ich schon! Das ist so unfair! Guck doch, wie ich mich durchgeskillt habe und du... Lalalalalala Ich fand das auch mal geil, Oh scheiße! Da hab ich ne Runde gespielt, da war's so... Warte, was soll ich jetzt sagen? Ach genau, da bin ich einfach auf den Typen losgefahren, weil ich konnte nichts mehr machen und bin dann einfach wollte gegen die Wand fahren, so gesehen, also gegen seinen Strich und ähm... Nein! Dann war's halt so, dass auf einmal ich einfach so halt wie das normal ist, hier immer so ein paar Lücken reinkriege und die hat genau da durchgepasst und dann war ich so der Opa Fuck! Und du bist ne fette Ente! Du hast 6-4 Nein, du bist Pottwahl! Hehehe Und wer ist der Marmelade, ist mein Lieblingsmarmelade? HET ME MARMELADE! Da-da-da-da Da-da-da-da Wow! Jetzt komm der Mofo und fick dein Haar Horse Bro Guck mal Hehehe, wow Dieh-da-da-da-da Tee-da-da-da-da-da-da Jetzt kann ich das Radion-Manj unten Because I can Oh, was nimmst du das Radiergummi, du Lappen? Weil mir langweilig ist und weil jetzt... Guck, guck, guck was jetzt kommt Du Mofo, wuh! Wie geil, du freust dich so Und jetzt guck was jetzt kommt Und du Mofo und du klaust es mir einfach Ich wollt Double Speed machen und dich einkehren Ach, Mann, NEIN Du Hurensohn Ja komm, komm, nein Halt, warte, falsch, warte, nein Jaha, ich hab... Na, wie geht's, du Mofo? Ach, ich hab ja grad sowas gefunden Ja, ich besame dich grad Schon'n geiler Banger, ne? Schon'n geiler Banger, ne? NEIN! Äh, Pech Hey, ich hab'n Glück gehabt Ja, wie gesagt, du cheatest, ne? Ja, deswegen hast du auch schon Funktausend Mitleid aber nur Oh, guck mal, wie Ying und Yang aneinander vorbeigeschrappt hat Da wollten wir uns grad Da wollten wir uns grad grad richtig lecken Alter, ach nein, du bist schneller am speeding Ich hab'n Ich hab'n Nee, das ist heute ein Pott, weil Bis und dein Spiel einfach auch nur Mitleid mit dir hat Ich prob'n'n Die haben dich gesehen und dachten Ach du scheiße, so'n hässliches Kind Ja, geben wir denen mal extra Punkte Hässern Ich bin... gebildet, ja? Du bist hässlich und fett Das Radiergummi verwere ich dir Alter, nein, du hast genügend Platz da durchzukommen Zusammen bist du in Hässlorn, Alter Frederico Lalalalalalalalalala Hol' mal das Radiergummi, du Chatter-Bazard Oh! Ich hab grad so, weil du Oh gesagt hab'n zu dir immer geguckt und hab'n bei mir nicht mehr drauf geachtet Ach, du hast auf mein Bildschirm geguckt, ne? Hast einfach mal 100... 2km geguckt, dich auf mein Bildschirm zu sehen, ne? Oh, Alter Hast du Bock rumzulecken, oder was? Nein! Ich will dein Hässlorn-Gesicht noch aus mein Gesicht kriegen und das heißt, ich muss dich töten Oh Nein, das wollte ich nicht einsammeln, oh dumm Okay Ich hör' nur rauschen Hendrik? Ich hab' dich nur grad zu rauschen gehört So Als würdest du schon so'n... in so'n Jet sitzen Niuuuu 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 Oh shit Oh shit Das ist ein Skill Den Gegner einkesseln Connection Connection lost Okay, jetzt sind wir auf mein Testgeführung Connected Florian? Ja, Hendrik Du willst Kinge in die Eins und Kinge in die Florian Eins hast du... hast du... äh... Okay, das war's jetzt auch mit der Aufnahme, ne? Die lade ich jetzt hoch, dass Hendrik es gleich wieder sehen kann Hendrik darfst noch Tschüss sagen Hendrik sagt Tschüss Okay, Tschüss Das war's Das war's